Auf geht's, du beginnst da, babe! Das ist ein ideales Schmerz! Marvin! Warte mal kurz! Warte kurz! Warte! Wir haben jetzt Samstag Mittag und wir haben jetzt hier einen WT40 Vertreter da, der stellt uns jetzt die neue WT40 Ja also, wir haben jetzt hier neue WT40 Flaschen das ist ein elastischer Schlauch mit dem kannst du sogar über sie um die Ecke sprühen du kommst in jede Richtung du kannst auch Leute ansprüzen du kommst einfach überall damit hin und ich wünsche mir dass du dieses Produkt kaufst Kann man das auch trinken? Ja das ist unbedecklich für Menschen Deine Mutter ist geschmeidig Von wem meine Mutter kann ich rappen? Du bist zu viel geschmeidiger Das stinkt! Das riecht wie schlechtes Deo Das riecht wie schlechtes Deo Könntest du mir bitte deinen 5J vorstellen? Was hast du da für ein Statement dazu? Wenns richtig geil! Wenns richtig geil! Wenns richtig geil! So die zwei guten Herren Oder wie hätt ich? Wie hättest du? Lachst du? Machen wir jetzt erstmal ein Wett trinken Ne ne Noch? Machen wir mal kurz ne Pause Nein Dich wursteln auch mal unterstützen weißt du eigentlich was motocross ist? ich suche nach nach lachern nach lachern? ja aber ich finde die keine total scheiße soll ich mal da rin gucken? guck mal joshi du sollst nicht bei den duschen bleiben oh ne da guckt schon mario warte guten tag kennt den jemand? stell dich mal vor hallo ich bin der tim und ich fahr mopete und was sagst du zur strecke? schon lustig auf jeden fall mit dem sand ist halt ein bisschen tricky aber sonst ist es gut es macht spaß so ist es jetzt hat er sie gekriegt mit Anflugung super also ja nimmt jetzt hier erstmal im Training teil und kommt auch wieder zu Recht hoffen wir dass es auch so bleibt und dass wir so eine gratifikation und dem ab-programm sehen weil das ist auch mal so ein Kandidat das ist eben besser sûr du machst da du musst mehr nicht mehr glaube ich du bist morgens mit vom noch Und dann geht das erst richtig los Und dann jetzt, wo kommt ihr her? Aus dem Spreewald, da wo die kleinen Gurken herkommen 2,5 Stunden Fahrt und dann geht das richtig los Und dann musst du dich richtig rein dröschen Das ist dröschen Räschen, das ist mein dämlicher Kumpel hier Der muss sich auch noch übelst versaufen Und dann geht das richtig los Ja, ja, ja Ich hab vorhin den HWK zugequatscht, die dämliche Sau, der ist auch hier Der hat mir den Aufkämer, der Droppi dröschen Der wollte gar nichts mit mir zu tun haben Ich hab gesagt, verpiss dich Hier, guck mal, da kommt MX-Line Jawoll Mr. Young Statement? Nur gell Ja No Lidia Ja Elie mountains Was ist denn jetzt hier irgendwie los? Komm weiter, 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 weiter. Das ist eine geile Sache. Ja, ja, mal. Ich muss nicht mehr losgehen. Ich muss endlich hier. Wir haben viel pizza. Pois es geht wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020